was geht ab leute yesterday ist yesterday what you gonna do about it today heute geht es darum um präsent zu sein weil es gibt leute die ganze zeit denken warum ist das passiert dieser satz hasse ich eigentlich selber weil es bringt ja gar nichts von du einfach an vergangenheit denkst weißt du warum meine ich oder warum dein vergangenheit nicht so gut ist weil du dich damals auch an vergangenheit dich einfach konzentriert das und nicht an jetzigen moment fast an jetzt deswegen ist jetzt heute dein vergangenheit auch so schlecht weil du damals auch an vergangenheit gedacht hast und deswegen das ist richtig schlecht man weil du kannst an vergangenheit nichts ändern das ist das ist passiert jetzt was du ändern kann es ist dein zukunft und jetzt wenn du dich jetzt entscheidest okay jetzt trinke ich einen saft dann hast du dich für etwas gutes entschieden und dann hast du dir etwas positives gedacht und auch das getan und wenn du es langfristig machst dann ist deine zukunft besser weil du etwas gutes getan hast weil du dich irgendeinen tag auf irgendeine positive sache dich einfach entschieden hast und das getan hast deswegen denk einfach nie an vergangenheit weil es bringt nichts du wirst damit einfach nicht weiterkommen das ist einfach immer negativ weil wenn man an vergangenheit denkt dann denkt man öfters nur an das negative warum das passiert ist warum passiert mir das immer weil das das ist einfach was willst du damit machen du kannst nichts machen du kannst nichts ändern außer du konzentriert dich konzentrierst dich jetzt auf jetzt und dann überlegst du dir okay was kann ich denn jetzt besser machen anstatt das zu sagen warum ist das passiert warum passiert mir das dann erstell dir doch besser wie kann ich das besser machen so kannst du viel besser dich an jetzt konzentrieren und deine zukunft besser machen weil du kannst deine vergangenheit nicht ändern und deswegen es bringt auch nicht wenn du daran denkst klar kannst du an deine fehler die du gemacht hast denken aber dann erstellt ja nicht die frage warum habe ich das gemacht dann erstellt die frage ja wie kann ich das einfach besser machen nächstes mal wie kann ich wenn ich nächstes mal so eine situation habe besser rauskommen und besser machen und besser als letztes mal fehlerfrei und die fehler nicht mehr machen die du schon mal gemacht hast das ist gut aber nicht dass immer sagen warum ist das passiert warum passiert mir nur sowas das ist einfach negativ und wenn du das sagst dann kriegst du einfach negative energie dann tust du dann bist du jetzt auch schlecht drauf und wenn du jetzt schlecht drauf bist dann bist du traurig und dann hast du jetzt auch jetzige moment auch verkackt und in zukunft wenn du morgen wenn es morgen ist dann wenn du an gestern denkst dann ist gestern auch nicht gut weil du einfach dadurch an die vergangenheit erinnert hast und positive energie an die ich einfach eingesammelt hast und warst den ganzen tag traurig und deswegen sei immer präsent denk an jetzt entscheide dich jetzt was du machen willst für den zukunft und nicht was kann ich du kannst dich an vergangenheit ändern deswegen bleib immer präsent mach die sachen für jetzt und konzentriere dich auf einen jetzigen moment und nicht an zukunft oder vergangenheit genau die vergangenheit ist die vergangenheit was machst du deswegen heute das ist wichtig nicht in der vergangenheit leben sondern daraus lernen und das war es auch zu viele menschen ja die leben vor allem wenn man dann noch älter wird zum beispiel wenn du aus dem nlz raus geworfen wirst dann ja sind die einfach noch total auf diese alte zeit im kopf haben die die einfach total und man soll sich aber auf die zukunft fokussieren und schauen was man heute macht und dann im moment im präsent eben sein im moment leben weil so kann man das leben dann auch letztendlich genießen wenn man immer nur an die zukunft denkt und sich da vielleicht dann auch sogar sorgen macht und immer nur in der vergangenheit lebt ist nicht gut klar man muss auch visualisieren auf jeden fall das ist auch enorm wichtig aber nicht in der vergangenheit leben und heute die action bringen genau wie der basti gesagt dass meine spieler geben auch weil die von nlz rausfliegen und werden dann immer schlechter warum dann setzt ihr doch das ziel okay nach drei jahren werde ich gegen diese mannschaft spielen die mich gerade von nlz raus geworfen haben und dann werde ich auch paar kisten machen und die zeigen was für fehler die gemacht haben dann setzt die alle bessere ziele als in vergangenheit dann versuch deine vergangenheit besser zu machen indem du ein krassere ziel für dich setzt und dann dafür arbeitest damit du dieses ziel erreichst und die leute die dir in vergangenheit wehgetan haben oder die fehler die du gemacht hast alles wieder einfach besser machst und genau so geht das einfach präsent sein an jetzigen moment sich konzentrieren weil jetzt ist was auch was zählt was zählt genau so schaut's aus wir sehen uns dann im nächsten video kanal abonnieren wenn du ein besserer fußballer wirst mach's gut tschau